Und was haben wir bitte von diesem Strand? Wären wir doch mal zu Hause geblieben, hätten fern gesehen. Liebling, was bist du die ganze Zeit am Meckern? Am Strand sein ist doch etwas Wunderbares. Schorsch, wo bist du denn da abgeblieben? Beeil dich, wir gehen doch zum Strand. Dinosaurier. Liebling, dein Liegestuhl ist fertig. Wunderbar, ausgezeichnet. Vielen Dank, Liebling. Mutti, Vati, womit könnten Schorsch und ich uns denn am Strand die Zeit vertreiben? Ach, macht was ihr wollt. Aber lasst mich ein wenig zur Ruhe kommen. Liebling, komm, ich creme dich mit der Sonnenmilch ein. Und ihr Kinder, vergesst nicht, euer kleinen Rüssel einzucremen. Liebling, vergiss auch meinen Rüssel nicht. Dreh dich um, Liebling. Und ich mache es mir wohl hier im Sand gemütlich. Hier ist es weich und warm. Hopp. Sie liegen schon wieder nur am Strand herum. Und was machen wir, Schorsch? Huch, was ist denn da? Crazy UFO, Banana Boot. Wer möchte eine Spritztour auf dem Crazy UFO? Alle herkommen. Zum Ende der Saison haben wir viele Vergünstigungen für euch. Schon wieder dieser Pirat mit seinem Crazy UFO. Ich ahne, dass hier noch etwas passieren wird. Wow, Crazy UFO. Rote, gelbe, bunte. Guten Tag. Was kostet bei Ihnen eine Fahrt auf dem Crazy UFO? Dafür seid ihr noch zu klein. Äh, wir sind da mit unseren Mama und Papa. Ach so. Na gut. Mit den Eltern geht das. Zehn Euro die Nase bitte. Papa, Paps. Wach auf. Komm mit. Fahren wir eine Runde auf dem Crazy UFO. Äh, Kinder, wovon sprecht ihr da? Crazy UFO? Dafür bin ich zu alt. Aber, Paps, ohne dich lässt man uns nicht fahren. Bitte. Na gut. Überredet. Na, seid ihr bereit? Ich schon. Ich auch. Wartet auf mich. Ihr habt Papa Wutz vergessen. Bereit. Alle gut festhalten. Oh, Papa. Haltet euch fest, Kinder. Also dann gut festhalten. Oh, Paps. Haltet euch fest. Hey. Hey. Sie haben mich vergessen. Hilfe. Hilfe. Ich kann nicht schwimmen. Papa, Paps. Unser Papa ist da geblieben. Unser Paps ertrinkt. Hilft doch irgendjemand. Er ertrinkt. Ich bin gleich da. Ich wusste es doch. Keine Sorge. Ich rette sie. Puh. Halten Sie durch. Nicht aufgeben. Ich werde sie günstig beatmen. Mutti. Mutti. Unser Papa ist fast ertrunken. Steh auf. Steh auf. Wie ertrunken. Wie kann das sein? Gehen Sie bitte zur Seite. Ich mache das schon. Diese Schweine haben einfach keine Manieren. Ich habe ihm das Leben gerettet und sie... Liebling. Ich bin in Ordnung. Hurra. Unser Papa ist gerettet.